hola was geht was geht was geht ein neues video oder sagen wir mal so endlichen offizielles musik video ich hoffe wirklich dass es ein video video ist und nicht so ein animiertes video weil dann ist das video ein bisschen überflächlich sehr viel video in einsatz jetzt gerade gepackt tut mir leid dafür aber ist mir auch relativ egal so wir sind bei crow steht mir die reaction habe ich dazu gemacht habe gehofft dass ein video musikvideo dazu kommt es ist gekommen wir ziehen uns das rein ich sag nicht viel zum song wahrscheinlich weil habe ich ja schon deswegen wir schauen uns mal das video an sogar mit alten aufnahmen ist geil das ist ja dann so passend wir waren immer zu zweit nie allein ich weiß nicht was du tust es ist vorbei war nicht leicht doch hei aus geht mir gut ist ganz normal fast schon egal wenn ich euch seh ich bleib cool denn dass du nicht hier bist baby steht mir so hoch ich weiß noch genau wir beide sind ein team und ich bleib deine frau ja ja genau man du bleibst meine frau was ein quatsch denn auf einmal war es einfach so aus so was zu sehen wenn die im studio sind feier ich feier ich das ist so ein ding weiß ich nicht auch wenn das nicht dieses live ist wenn wenn die live finden also dieses studio session halt sondern einfach so finde ich auch schon geil denn sie sagt dass es leider nicht klappt vorbei über nachts hätte keiner gedacht du hast es das ist mir jetzt aufgefallen müsst ihr mal drauf achten er crow macht sich jetzt dieses ohr oben fertig und zuschauer macht das einfach direkt wieder kaputt ein hoch darauf habt ihr das gesehen einfach das ohr wieder abgerissen danke dafür der übergang war schon irgendwie geil ne mit dieser mit dieser crow maske muss ich noch mal sehen als lichter ist schon geil denn ich kann dich vergessen doch du weißt wo ich bin du war immer zu zweit nie allein ich weiß nicht was du tust es ist vorbei war nicht leicht doch ey auch geht mir gut ist ganz normal fast schon egal wenn ich euch seh ich bleib cool denn dass du nicht hier bist baby steht mir so gut alleine wenn man diese augen sieht von crow hat man das gefühl dass das so der coolste dude ist zum chillen ne mit denen du rumhängen willst einfach so weiß ich nicht alleine von den augen wenn man so manchmal so diese augen sieht jetzt gerade zum beispiel wo der da mit den fans stand hat man irgendwie so das gefühl jetzt hab ich endlich wieder platz im bett und werd nicht geweckt wenn sich hart zerschreckt und wenn ich will hätte ich fast nur sex denn ich lauf durch die stadt mit dem achseffekt will dass du weißt es tut nicht mehr weh du hast einen neuen labber ist für mich okay nie wieder schicks oder twilight schauen nie wieder nur gefetzt und allein nach hau kein diskutieren ob sich unseren in der zeit nicht ne stunde länger bleibt sie sich wundert wo ich bleib und mir dann den ganzen abend wo sie kunde dreimal schreibt ich brauch gar nicht mehr zu kommen ey auch warst du dummer scheiß das macht echt keine lust jetzt bin ich frei und kann tun was ich will mit nem s auf der brust bin fast erstreckt doch jetzt krieg ich mal wieder ein hier das verstehe ich immer noch nicht wie man das macht ne das muss ich nochmal sehen den tassenden crow muss ich auch nochmal sehen das ist schon geil das gibt halt so einen geilen vibe gerade so mit dieser musik im hintergrund scheiß ich mach echt keine lust jetzt bin ich frei und kann tun was ich will mit nem s auf der brust bin fast erstreckt doch jetzt krieg ich luft dass es so gut riecht hätte ich echt nicht gewusst ich war immer zu zwei nie allein ich weiß nicht was nur zu so ein bisschen angeheber bist du jetzt aber auch crow ne jetzt krieg dich mal wieder ein hier fände ich schon irgendwie geil so dieses das ist ganz normal mir fast schon egal ob ich auf sie ich bleib cool denn das ist nicht hier das baby steht mir so gut ich verbrenne alle kissen und deine fotos sind längst schon zerrissen doch sie schreib mir sie wird mich vermissen und ich schreib zurück mir ging's wirklich beschissen fände ich schon irgendwie geil so dieses video schon ein bisschen schade bin ich ehrlich aber okay wie kann ich mich mit zufrieden geben bin ich ganz ehrlich und ähm ja auch so diese also wirklich dieses best of so von wegen die alte maske zu neuen maske ist ja so ein bisschen erzählt damit finde ich immer so dieses switchen dann am ende fand ich nice gemacht also ganz ehrlich ok und was haben wir hier crow 11 11 open air tour oh open air das ist bestimmt richtig geil wo geht er denn überall hin venedig venedig berlin dortmund was ne brück warum sag ich denn venedig konstanz such hoppla aber man sieht schon ausverkauft ich weiß nicht seit wann das online ist der typ ist halt ein macher ja nichtsdestotrotz das war ein kleines video nur ihr wisst ähm das war wirklich nur aus video reagieren bei den song haben wir ja schon muss ich nicht nochmal drüber reden und äh ja da bin ich gespannt was als nächstes kommt hoffentlich ein vernünftiges video ähm wir werden es sehen ich hoffe ihr seid dabei bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag verliert euer lächel nicht und dann bis zum nächsten mal tschau tschau